Hallo und Willkommen bei Far Cry Primal und ich zeige euch meinen weißen Wolf. Hier, für dich Kleiner. So, er füttert gerne was. Na komm her, mein Kleiner, komm. Er mag das, wenn man ihn krault. Die haben wir gerade erlegt, diese Riesenbeute. Er hat mir geholfen. Hast du gut gemacht, Kleiner. So, dann machen wir jetzt mal ein paar Kämpfe mit meinem Wolf. Ich nehme erstmal das Tier. So, Wolf gegen Jaguar. Mal gucken, wer gewinnt. Der Jaguar ist sehr, sehr schnell. Wolf ist bei White nicht so schnell, aber vielleicht tut sich da was. Wolf, helft mir. Der war zu spät. Habe ich selber geschafft. Das war zu spät, Wolf. So. Na, keine Wildhierer oder was? Keine Wildhierer in Sicht. Alles still. Nix da. Okay. Na, mein Wolf. Ich bin schnell. Ey. Wie willst du einen Kieger? Sehr heftig. Sehr gut. Wolf hat den Tiger erlegt. Den Siebelzahn-Tiger. Wolf hat den Tiger erlegt. Den Siebelzahn-Tiger. Wolf hat den Tiger erlegt. So, was haben wir hier? In Sicht. Ein paar Krokodile vielleicht. Oh, Schildkröten. Geil. Geil. Ja gut, Freunde. Hier machen wir auch Schluss. Im nächsten Video werden wir die uns genau anschauen. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.